wir haben aber hier noch eine was sind das hier machen erst noch die ich glaube nicht Sieht so, wie sein Stil. Sieht so, wie ein sehr wundervoller Kriminell kam mit einer sehr schlechten Entschuldigung. Was ist dieser? Eine Paranormal-Aktivität auf der Exclusive Horror Immersion. Die Gäste erleben die Gefühle in sieben Tagen schreien. Ich erinnere mich an, als ich die Horror Immersion um zu trainieren. Ja, wir sind noch weit davon entfernt, dass sie garantiert ist, aber ja, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Sie sagt, du denkst, dass die Gäste das gemacht hat? Das Problem ist, dass irgendein wundervoller Kriminell könnte sein, wenn du darüber nachdenkst. Ich fühle mich, dass die Gäste noch vor ist. Aber wenn das so, warum hat er nicht zurückgekommen, um mich zu sehen? Er war dein Gäste seit so vielen Jahren. Insofern, selbst wenn du nicht findest die Gäste, Sie müssen den Wehren grünflipen. Ich, uh, danke, Frau Gwey. Ich, ich bekomme wirklich nicht Komplimente. Oh, ohne die Unterstützung von euch, die Squad-Member. Ich... Arbeit mit euch hat mich ein bisschen mehr zufrieden. Aber es ist schwer nicht zu denken, um die Tage, wenn die Tale noch vorhanden war. Nachdem war ich ein nützlicher Kerl. Ich hätte die erste Signale von Problemen. Ich weiß nicht, dass sie immer zufrieden sind. Aber er würde mich auch aus dem Gefangenen. Hm. Ich erinnere mich von mir und meinem Bruder. Eine Art von... Liebe-Hasen. Hey! Schau das! Was ist das? Hast du eine Tale gefunden? Das ist krass, dass es hier einfach 15 Abo-Stufen gibt und ich gerade mal bei 7 bin. Was? Was? Hier gibt es ja auch noch einiges an, an Jahren. Hier. Ist ja noch komplett voll. Ist ja noch komplett voll. Was? Ja. Läuft bei dir Lil. Auf jeden Fall. Schau da, was? Schau das noch. Oh, ich habe eine Fuchs-Spuk-Geschichte. Schwergeist. Hey, calm down I just learned a new technique I'll use it to end your life Unauthorized personnel should keep their distance. It's dangerous here Actually, we're... not really unauthorized, are we, Judge? Is that true, Shang? Judge, why are the Ten Lords Commission here? I think it's a big story, so let's deal with the problem first But I think it's the Ten Lords Commission, which is the power ranger, right? The D-Look-Schnitt Don't worry, this sort of thing is our specialty See how you like this You can't kill me In lunar flame Blade of Moonlight Hear this thunder Judge Hua Hua Is he... alright? His life isn't in danger, but his hands and feet are spasming, and his speech is incoherent I think he's experiencing a delusion that he can't snap out of I feel like I've been drained of my strength Mr. Clown Knight, sir Are you okay? Can you answer a few questions for me? Do you remember what happened to you? I... I think so I don't know Let me think for a moment Nooo... Bruder kommt hier in der zweiten Hälfte schon dieser... E-Look mit langen Haaren The Captain sent me to clear it out What happened after that was... Like a dream? I can't explain it My weapon suddenly started talking to me It taught me fighting techniques Which moves to avoid Which moves to use Which stances to adopt To retain balance Then It told me to relax And let it take control against the enemy That sounds just like A helioblast I-I followed its instructions To my surprise It felt like my combat skills had greatly improved Still It told me I was incompetent Like a piece of rotten wood It wanted to find a new apprentice to carry forward the art It was only then that I realized There was a sword-wielding child beside me Staring right at me Lots of children grow up learning to use a sword on the lawfu But for a child to be walking around with one Yeah, das kann man getrost geben I sure hope we're not thinking of the same person I realized the boy was the general's retainer Yinxing I knew it When I heard my sword say the name I was in disbelief And then for some reason I just Attacked Yinxing Yes, I'm fine The funny thing is that I didn't even see him move I just fell straight to the ground What happened next was even more outlandish Yinxing looked like he was talking to the sword in his hand He turned around and left without looking back And my weapon? My weapon never spoke again Oh God How take care of the cloud knight? You go after Yinxing Was I have even worked there ? Yanxing Wer sonst So Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich hoffe sie sie ist genauso wie unja ich hoffe sie ist genauso wie unja Das ist der Dock für Dragon Prayer Terrace. Judging von dem Wurzeln, das ist wo Yen-Ching ist. Wir müssen wirklich auf dem Weg gehen? Selbst ohne Heliobus, Yen-Ching ist ein Wurzeln-Master von Wurzeln-Masters. Du bist Angst, Sushong? Ich auch. Also, in der anderen Heliobus, die wir mit so weit haben, das ist, dass sie etwas sehr vieles Wurzeln machen können. Ich bin Angst. Meine Mutter hat mir die Wurzeln-Master zu spielen, so schnell wie ich gehen kann. Ich könnte nicht so gut sein, als der General's Apprentiss, aber ich werde niemals nicht die Schwierigkeit verhöhnen, den Namen der Cloud-Night oder der Wurzeln-Master. Aber ich bin... ...wurzelt. Wenn der Heliobus, die Wurzeln-Master von Yen-Ching ist zu stark, Ich bin froh, dass ich nicht möglich sein kann, dass ich alle die Sicherheit nicht garantieren kann. Der General unterstützt unsere Ghost-Hunting-Squad aus dem Beginn! Es ist Zeit, um den Fieber zu retten! Selbst wenn es nicht für den General sei, als Judge, ich kann nicht ein Heliobus über jemanden so gefährlich wie Yanching! Shushang, Miss Gwei, Mr. Trailblazer! Bitte, ich helfe ihn! Yanching ist at Dragon Prayer Terrace! Let's go! Um, okay. Hm? Was sind alle diese Spuren in der Dragon Prayer Terrace? Es muss sein, eine Heliobus-Illusion! Wir müssen nicht die Harmonie hören und sehen, ob wir mit Yanching reden können? Illusion? Haha! Und wenn alle von Ihnen sehen können, würde das nicht sagen, dass Sie auch fallen in der Illusion? auch? Keine Ahnung. Für mich, diese Schmutzformation ist ein wertvolles Arsenal. Wenn ich auf jeden Fall sehe, ein Tausende Schmutzbeweg vor meinen Augen. Die Schmutzbeweg über alles, was ich gelernt habe. Und besser gesagt, sie begrüßen diejenigen, die in die Höhe zu suchen. Ich weiß, dass es eine Illusion von einem Heliobus ist. Der General hat mich unterstützt die 10 Lords Commission. Ich weiß ein paar Dinge über deine Arbeit. Diese Schmutzbewegungen sind nicht gut oder evil. Sie sind einfach ein Schmutz. Als ich ein Geist ist, ein Heliobus kann sie nicht kontrollieren. Ich nehme mir, zum Beispiel. In diesem Moment, ich bin frei von allen Verstärkungen. Und ich sehe den Potenzial für großartig in diesen Schmutz. Ist das richtig, Master Epyra? Epyra? Das Heliobus ist... Epyra? Genau. Master Epyra hat mir gezeigt, die Fehler in meiner Schmutzbeweg und wie sie auf den nächsten Level. Das ist das, dass ich sie in der Drogenpräer Terrace woher habe ich meine Schmutzbewegse Younger, mit mir, alles wird anders sein. Whether es Imbibber oder Lunae, die Steleron oder die Frau, du siehst, du siehst, du siehst. Legere auf einen en einem en Wohne sind Wohne 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 Sooo, dann wollen wir mal mal. Ich weiße, ich kann es nicht. Fiends oder Devils? Ich werde sie alle zerstören! Träbisch. Alles wird erneut. In Lunar Flamme. Blad der Moonlight. Keine Kraft! Was der Beste? Was die Beste? sind nichts von mir. Was kann ich lernen von einem von ihnen lernen? Dann... warum nicht sie hier aufhaken? Haken sie aufhaken? Ich dachte, wir waren nur sparen. Die Lawen des Battlefeldes sind nicht anders aus den Lawen des Universums. Leben für die Verkunft, und Todes für die Verkunft. Die Schwertigkeit ist die Art der Verkunft. Und nur die Schwertigen Schwertigen können sie aufhaken. Schwertige Schwertigen sind in den Barren Wastelands. Aber... Du... Resistest mich? Hm... Entschuldige dich von diesen nötigen Noten von Klemensie. Wie kannst du vorwärts gehen, ohne diese Verkunft abzunehmen? Entschuldige deine Schwertigkeit. Leben für die Verkunft und Todes für die Schwertigkeit. Die Schwertigkeit ist die Begründung des Battlefeldes im Universum. Hast du die Begründung der Begründung eines Großmeister? Du benutzt nur jemand anderes' Ambition, um dein eigenes Wettbewerb zu verdienen, um Blut zu verdienen. Diese Schwern-Yuen-Sword in meiner Hand hat durch meine Familie über Generationen gedreht. Als meine Mutter es mir gab, sagte sie, das Brot kann man zu verdienen, aber das Herz bleibt. Und für lange Zeit hatte ich keine Ahnung, was sie sprach. Heute habe ich gerade herausgefunden, dass ich sie verletzt habe. Ich glaube, sie sagte, dass die Begründung der Begründung, aber das Herz bleibt. Wahrscheinlich. Lieutenant Yin-Ching, der Winner und der Verkunft in dieser Battle, hat noch zu beobachten. Und nicht mir das, es gibt keine Ahnung, in der Kampf mehr zu verdienen. Das kleine Wensch, der Kampf ist auf Feuer. Junge, seit sie auf die Kampf ist, Wenn du sie gegen die Krieg hast, wirst du sie unsere Antwort geben? Ich... Ich will zurück! Frau Schung, du... Das ist zwischen Kloud-Kleutern. Verlust eine Krieg ist nicht großartig. Aber wenn ich meine Soldaten abandone und verletze die Krieg, Wie kann ich wiederholen meine Sorte nehmen? Obwohl, ich könnte nicht mehr als ein paar Begriffe dauern. Sie gehen und den General, schnell! Ich versuche ihn zu halten, bis er hier kommt. Sushong, meine Bestie! Warum ist sie so Stubborn? Oder nie. Aber trotzdem. Das war ziemlich freilich. Ein Spiritsbeer hat mir gesagt, dass der General noch in der Garten. Gehen wir uns! Ich denke, der nur derjenige, der die Yen-Qing-Illusion mit den Alltieren kann, ist Jing- Ich bin mega außer Atem. Ich hab mich gerade gebeamt. Ich habe eine Frage für Ceres. Natürlich. Amongst die Heliobite, Pyra manifestiert den Wurzeln und Wurzeln von Ignamar. Mein Apprentiz. Oh, keine Ahnung, dass ich einen Hinten von Tränen in dich fühle. In order to rescue his incompetent... Du kennst den Tränen von Tränen, aber nicht den Sinn. Ein Apprentiz, obszestiert mit Wurzeln und Wurzeln, hat seine Geist für einen Heliobus verloren. Und jetzt versucht, seine Geist für die Geist der Wurzeln. Dann sollte man schnell. Ein Pyra hat eine blöden Blüten. Als sie deine Geist hat, sie können dich schlafen gegen... Geh! Ich will nicht, dass du deine Todesmacht mit deinem Apprentiz. So, jetzt bin ich mal gespannt. Geist für die Geist der Wurzeln und Wurzeln. Das ist das Beste, was du kannst? Und ich dachte, dass ich das für den Moment, wenn du deine Wurzeln hast. Ich glaube nicht... Ich glaube nicht, dass ich so lange dau würde. Ich... Ich bin nicht so schlecht wie ich dachte. Ich habe nichts gehalten. Du bist der Wurzeln-Mann wieder. Ich bin immer noch mit dir schlafen. Du bist der Wursteln und WILL nicht mit dir. Du kannst dich nicht mehr grundsätzlich, aber sie haben dich geschafft, auf einen Fall noch so lange zu gew multitrachten. In der Wurzeln, wenn du... du nie have deine Verheit! Do you want to repeat the disaster you suffered at Dragon Prayer Terrace? It's time to finish it. Only blood can cleanse the shame of the sword. He won't do it. General. Young one, your old teacher has arrived. Under his tutelage, you never experienced true failure. But after suffering your first major setback, your confidence in your swordsmanship has been... faltering. You worry that the general is disappointed in you. You worry that you don't have what it takes to be the person the general will be. That's a good sword. Now, show him what I have taught you. He'll be very proud of your progress. Tell him that with your sword you will bring victory to the Xiong'u. With... with my sword. Yan Qing would never draw his sword on me to prove himself. I have confidence in him. This confidence is not a belief that he will win every contest. It is a belief that he will one day break free from the paradigm of victory and defeat. And realize his true reason for wielding the sword. The pleasure of swordsmanship. The saving of life. And the dispatchment of enemies. This truth must be discovered by himself. No one can teach it to him. Now is the time for him to take that step. General. I... Break free from victory and defeat. Those are the most important words to comfort the enemy. And then in that moment he doesn't know what he does. The dragon prayer terrace. Think of how you felt then, deterring on the brink of death. If the sword of that Stellron hunter had pierced your flesh, you wouldn't be standing here pondering the meaning of victory and defeat. Now is the time to break all your chains. Draw your sword on your master. To the general who is trying to imprison you. Draw your sword. General, allow me to demonstrate my swordsmanship. I hereby challenge you. Apaira, I challenge these swords to battle. Young fool. How disappointing. Your accomplishments would have been limitless. But you've been led astray by empty idealism. And now you wish to throw down the gauntlet. Very well. In your own image, and with your own techniques, I will teach you one final lesson. Your sword play, every stroke and sway. I've committed it all to me. Time to say bye. Now, allow me to demonstrate. With merciless intent, how powerful I am. It's pitiful. No, Yang Qing. Conceal your form and hide your intentions. Don't fall for their distractions. Understand. Understood. Tedious. Follow my charge. Here. There's thunder. Hmph. Show no mercy. You're all there harder. I'm gonna hold everyone back again. Protect me. 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 Heilt auch schon zweieinhalb tausend. Also das ist wirklich wenig. Tatsächlich. Good times. Time to say bye. Boom. There's no time to lose. Conflict is pitiless. Say bye to breathing. I'm scared. Stay put. Get down. Relax. Follow my charge. Punish evil. Was that it? I'm just warming up. I'm just warming up. Stand still. Here. There's thunder. Get them. Don't come any close. Beans or devils. I'll crush them all. Tedious. I've failed. One hit. One stroke of luck. One victory. Impressive. Puh. Halt bei mir 3.300. Ja. Abhalte. Mein äh. Meine Relikte sind halt noch. Oh. Überhaupt nicht gut. So. General. I know what you wish to say. I'm trying. Then. Uh. To the rest of you. The night is everyone that gets heliobust love to apologize for it. You're the victim here. They're the ones stirring up chaos. It should be me thanking you for holding back during our battle. Maybe. Just maybe. It's due to a sudden skill improvement. Don't you think? It's due to a sudden skill improvement. Uh. Don't you think? Haha. Right. You've made it your daily mission to- With respect to this incident. What is your plan for posting on the- Well. About that. Let me discuss it with- Is everyone okay with this? Thanks for covering for me. I'm so embarrassed. All's well that ends well. We should hurry back and lock a pirate in the evil binding matrix. They're a dangerous one. I'm afraid they might escape. Well then. Yen Ching and I will take our leave now. Alright. Let's get out of here. Ching is just a nice guy. Huh? Huh? That was a big risk, Mitsushiong. Actually, I'm well aware of my own limits. If it weren't for Yen Ching, resisting that Helio bus, Maybe I wouldn't have been able to hold on until you brought reinforcements. Come to think of it. We only needed one person to fetch reinforcements. Why didn't we get him to stay behind with you? And why did... It's kinda... Embarrassing, but... I was caught up in... Sometimes I wonder, whether your head's screwed on right. You're not right. You're not right. You're not right. Beleidished. I'm completely beleidished. Maybe, but... We're not right. We're not right. We're not right. We're not right. We're right. We're not right. If I still had my tail, I wouldn't be slowing everyone down. Sorry, Hoa. I didn't think it through. It's not your fault, Mitsushiong. It's just... I've been wondering... How can someone average like me keep up with the affairs of the Ten Lords Commission? Forget it. We should get some rest. There could be even bigger dangers waiting for us tomorrow. Nothing. Thank you. I've written a letter right now. There could be even bigger Livest 곳. Eingeschlafen. Oh ja, das gab einige. Das gab einige Follower.